Hallo Leute, zum kleinen Video, vielleicht kennt wer das, das ist oft in der Gommilobby, wie man sieht, hier, ich bin hier in der Gommilobby und, okay, vielleicht seht ihr meinen Clan, okay, kenne ich nicht wirklich, bin einfach irgendeinem gejoint, aber meine Coins, 512, ich hatte, ich sag mal ein bisschen mehr, denn Leute, ich springe schon um unser Ziel herum, denn schaut mal, ich hab ein bisschen viele Lotterie-Teile gekauft, heute werden wir alle öffnen, das sind ungefähr 50 Stück, heute werden wir alle öffnen, okay, wir fangen jetzt mit der ersten an, nein, direkt 2700, wahrscheinlich, wahrscheinlich direkt 3500, direkt reingeschissen, bis oder nicht, eine werde ich noch dazu kaufen, denn ich hatte nur, so, jetzt hab ich, jetzt hab ich 50, so, und wie viel werden wir plus machen, also ich hatte 50.000 reingemacht, oder wie viel minus, das ist, also ich hatte, also ich hatte auf einem anderen Account mal 20 Los auf einmal gekauft, ich hab, easy, ich hatte richtig viel Geld, ich hatte, ich hatte 30.000, danach hat die 50.000, oder so, und wer nicht weiß, ein Los kostet 1000, okay, noch 42 Tickets und schon 15.000, 15.000, bitte, ach man, bitte was Gutes, komm, Na, ist easy, über 1000 zumindest, bitte, etwas Gutes, nein, und, ah, 400, gibt mir doch was Gutes, ich werd 200 pro nur Minus machen, aber mehr als 18.000 sind schon safe, äh, wie viel hab ich jetzt geöffnet, 15 schon, ja, dafür hab ich bisher nur plus gemacht, und noch mehr plus, nice, okay, gibt mir doch was Gutes, του ah-, vier, 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 zufall, warte, vier ok, bitte, gib mir doch was Gutes auf jeden Fall plus so, bitte 30 hab ich, so, komm, easy Okay, die Ecken sind es jetzt nicht gewesen. Ich will doch nur was Gutes. Noch 28. Ja, ich hab 28. Warte, ich hab 22 erst gemacht. Okay. Plus. Und? Ja, 500 nur. Okay, wenigstens 61 plus. Ich hoffe, ich hab mehr als 50.000 Coins am Ende. Wieso mach ich die Ecken? Okay. Wieso schau ich eigentlich noch so drauf? Ich kann einfach nur im Chat gucken. Das fette Case Opening. Oder so. Bitte. Bitte. Oh, da hat die Ecke mal was gebracht. Okay. Aber nicht mehr als 1000. Ich kann komplett ausflippen. Wahrscheinlich hab ich mir 200 nur ein Coins bekommen. Äh. Und? Hab ich eigentlich irgendwas hier? Nee. 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 Ich hab anscheinend alles verkauft damals. Ich hatte einen Hasen. Ein Schwein? Irgendwas halt noch. So. So. Ach Mann. Und? 1300. Das ist zumindest etwas Gutes. 300 Coins plus. Noch 20. Also 3000 gerade plus. Also ich hab... Wir haben jetzt... Wie viel hab ich noch? Ähm. 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 10, 20. 21 noch. 21.000 hab ich halt dafür ausgegeben. Ja, wir machen gerade plus. Zwar nicht so viel, aber... Wenigstens etwas. So. Bitte, bitte. Ach Mann. Das ist halt so wenig. Ich brauch plus. Noch 16. 9, 9, 9. Wo so? Easy. Okay, nein. Das war gar nicht easy. Das war häufig schwer, aber... 12 hab ich eigentlich... Okay, ich hab 3000 gerade plus. So gesagt. Wenn ich jetzt alles 1000 noch bekomme. Easy. Bitte. Ja, 600. Ja, wenigstens... Oh. Zwei Tickets plus. Also. Ich sag hier nix, aber... Eine Million Coins wären auch schon nice. Ich weiß, ob man so selten das bekommt. Irgendwas über 10.000. Ich hab mal mit anderen Accounts 2 mal 10.000 bekommen. Was ist da los? Ja. Ich mach gerade gar kein Plus. Also ich hatte noch weniger als... Ich hatte genau 50.000. Ich hab aber aus Versehen einen noch geöffnet. Ich hatte 500 mehr. Also 500 Coins noch. Noch 6. Ja, wir machen Minus. Scheiße. Wenn jetzt am Ende noch das kommt. Was hab ich euch gesagt? Genau am Ende. Ja. Nice. 4 Tickets plus. Noch mehr plus. Was ist los? Noch mehr plus? Als ob. Ah, Mist. Leider keine 1000. Ja, also... 5.000 mehr? Als ob ich zweimal hintereinander etwas Geiles bekomme. 6.000 plus. Also, Leute. Das... Also, ich hatte 50.000 und 50.000 und 500 Coins. Leute. Jetzt 56.000. Also, falls ihr sehr viele Coins habt und euch Langeweile ist, macht das. Das ist sehr cool. Wir gewinnen ein eigenes Item. Nein, meine ich. Darauf habe ich keine Lust. Das hier ist enorm gut, Leute. Ja, aber egal, Leute. Das war's von diesem kleinen Opening. Lasst ein Abo und ein Like da, falls es euch gefallen hat. Ciao. Leute.